Wir sind noch 14, okay. Da geh ich als letztes hoch. Da geh ich als nächstes hoch. Oder? Ist da noch eins zwischen gewesen? Ne, ne? Ne, okay. Na, die chinesische Mauer ist etwas verwirrend. Jetzt klettern wir erstmal hier hoch. Machen den Finder fertig, der da irgendwo ist. Oder die beiden. Sonst ist hier nämlich nix. Glaube ich hier nämlich nicht. Ne, ist nix. Wo ist Longs eigentlich hier? Yay, wir können auch runterspringen. Müssen wir nicht runterklettern. Und jetzt klettern wir hier hoch. Und da blinkt was am Boden. Ein kleiner Steinfeld. Ein kleiner Steinfeld. Das ist ein Teil einer Kette, die langste Lady fertigte. Ich schub den Stein auf. Gut. Wir sind auf dem richtigen Weg. So. Immer schön ins Gesicht treten. Das mögen die. Auf dich zu bewegen. Du darfst nicht zielen. Und nach oben. Drei Sachen hat er gespult. Und genau da, wo ich rein wollte. Wow. Oh man. Und noch den letzten in den Pokoträten. War nicht der letzte? Achso. Anna ist so. Okay. Ja, 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 ja. Achso. Wo? Achso. Der letzte ist da. Okay. Komm her. Komm her. Ja. Und du darfst dich so widerspitzt. Ah, mein Abwehr hat sich erhöht. Oder einfach wirkt sich. Deine Abwehr hat sich erhöht. Schön. Aber. Stopp. Und weiter. Und. Däme erstmal mit erledigen. Da sind 20 sind. Geht mal. Sonst kommen wir nämlich nicht wieder hoch. Ui, yoi, eui, 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 eui. tuo brechtte mal alle Knochen. Knack. Also hätte ich mir alles gebrochen. Komische Dinger. Der sieht ganz komisch aus. Sehr selbst schuld. 19 geh ich mir noch. Warten wir mal, da waren zwei Aufgänge, ne? Ah, hier würdest du eine Kiste führen. Ah, nehmen wir die mit. Rotes Juwel gefunden. Yay! Jetzt krieg ich eine Psycho-Kraft, soweit ich das in Erinnerung habe. Für 30 weitere Fälle krieg ich eine Dunkle-Kraft. Wow! Für Friedan. Das ist gut, wenn ihr mir sowas gebt. Aber Frau Friedan, drehe ich den hier? Wäre cool. Nun denkst du, ich... Oh, Schlangen. Ja, die Schlangen beißen sich fest. Die sind nicht giftig, die beißen sich einfach nur fest. Erstmal hier hoch. Oh, oder doch mal den anderen wählen wir erstmal. Ich guck erstmal. Ah, okay. Wieso schauen wir doch auf dem richtigen Weg? Jetzt guck ich mich natürlich trotzdem noch um. Okay. Ja, da wird alles dasselbe sein. Darum... Den anderen will ich aber kurz nehmen. Ja, ich weiß. Du möchtest mich gerne aufspießen. Das ist... Wie es sich gehört für noch... Ordentlich schwer. Es sind noch vier Gegner. Oh Gott. Nein, diesmal nicht. Ich mag euch nicht. So. Ich sammle mal den Stein auf. Der hier war. Der hier war. Der kleiner Stein fällt. Das ist verlappig auch in der Tasche. Sind die eigentlich drin da? Tatsächlich. Da. Da. Da sind sie. Okay. Ja, wir haben was geöffnet. Ich würde sagen, dass sie sich hier geöffnet haben. So. So. Da wären wir nämlich dann... Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und hier ist wieder ein Feuerball. War klar. Und was erhöht sich? Unsere Lebensenergie. Schön. Warte. Mitten beim Rennen warten wir natürlich. Suchst du noch Nauers? Ich begleite dich. Ich begebe mich in alle Taschen. Bill. So lass uns denn losziehen. Ja, ich... Ich bin doch schon längst dabei, loszuziehen. Wow, wow, wow. Nee, da komm ich nicht wieder hoch. Dann erst mal gucken. All Kräuter gefunden. Das ist gut. Ja. Da komm ich nicht ran. Also müssen wir doch runter. Wollte übel. 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 Gegechner. Übersehen. Naja, kennt man ja schon. Da komm ich nicht dran. Ach, super ey. Weiter also... Einen ganzen Raum für den Arsch... Was? Neun Gegner! Und das Ende der Mauer... Hm, gut... Okay... Theoretisch müssen wir also hier runterspringen... Ah, will ich aber nicht... So... Nehmen die Fähigkeit... So, jetzt nehmen wir die goldene Mitte... Mit dem Pfeil abzuschießen... Jetzt sind es noch drei... Springen wir mal hier runter... Hm... Immer noch drei... Springen wir mal hier runter... Oh... Fail... Und... Der letzte Schlange treten ordentlich ins Gesicht... Und meine Abwehr erhöht sich... Super! Deine Abwehr hat sich erhöht... Schön... Und einmal nach oben... Ah, da haben wir... Wow, wow, wow... Was... Zum Henker... War das denn bitteschön... Jetzt sind wir ja ganz oben wieder angekommen... Toll... So... Irgendwo hier war das, ne? Also irgendwo hier... Ah, da ist es... Super! Da haben wir es gefunden... Werden wir jetzt free dann? Nein... Wir kriegen eine neue Kraft... Yeah... Na, die Kraft brauchen wir wenigstens... Da-da-da... Den Spin-Dash-Craft... Ja nun... Verwandt werden... Ja, verwandt... Hm... Verwandt... Dieses Spiel hat ziemlich viele Schreibfehler... Die Übersetzer sollten mal überlegen, was sie eigentlich da machen... Nur will keine Spin-Dash benutzen... Fege deine Gegner wie einen Wirbelwind... Durch die Lüfte... Und nutze den Rückstoß... Um Hügel zu erklimmen... Drücke bei... Bei der Attacke die L- und R-Knöpfe für Power... Was sie meint ist... Aufladen... Und dann L- und R einfach drücken... Und dann... Rums... Ganz einfach, oder? Ja... So kommen wir jetzt da hoch... Und dann... Wollen wir doch auch noch mal zurück, oder? Hei... Ups... Stopper... Halt... Haha... Ah... Super... So... Aha... Halt's giver dich hoch... Oh... Beziehungsweise runter... Das ist nicht sehr nett von euch... schluss aus nein machst du nicht böse 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 so später 12 gegen die sind alle so nett mit feuer und sehen haarig aus danke und los zurück 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 Zurück, zurück! Und los, 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 los! Nochmal! Wir sind noch fünf Dichter und da ist wieder ein Portal. Und ja, wir könnten uns in Friedan verhandeln. Ja, machen wir auch noch. Friedan ist einfach besser. Aber wahrscheinlich werden wir dieses Vergnügen nicht lange haben. Ja, wir brauchen einfach den Spindash hier zu oft. Ich bin weg. Friedan, Friedan ist einfach cool. Friedan kann alles. Ja, ich weiß, ich werbe wieder für ihn. So, dann gehen wir mal hier, oder? Und ja. Und ja. Da hängen wir schon. Tja, jetzt haben wir keinen Spindash. Hier haben wir schon alle. Da, 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 da. Ja, da, 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 da. Der hat nämlich was Feines. Ach, Mann. Noch ein? Ja, schäme dich doch mal. Und wir gehen natürlich weiter mit Friedan erstmal. Kommst du zurück, du blöde Feuerball? Hier hin. Hier hin. Kommst du her? Ist es denn wahr? Scheiß Feuerball. Ihr solltet euch schämen. Vier gegen einen. Und der eine macht euch dann auch noch fertig. Und dieser blöde Feuerball kommt nicht zurück. Reicht. Och Gott.